Und damit ein Willkommen zurück zu Zelda The Link's Awakening. Das ist aber ich habe ein bisschen Kopf zerbrochen. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen. Genau, wollt ihr mich gerade sagen, ich habe ein bisschen herumgestochert noch, ein bisschen geschaut. Und dass es in der nächsten Part auch noch zu lang wird. Und ja, hier hat sich die Wand komisch angehört, hört man daher. Das hört sich normal an, würde es sich anders anhören, wäre hier irgendwas. So. Und ich vermute mal. Und ich vermute mal, was da ist. Jawohl. Genau, jetzt kommen wir auch zu dieser Truhe. Jawohl. Und das ist der Bossstüssel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was mich jetzt noch etwas stutzig macht, ist diese. Aber das finden wir jetzt ganz einfach heraus. Indem wir nochmal hingehen. Oh. idee. Oder? 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 Wo gehe ich jetzt eigentlich gerade hin? Ei. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Wie komme ich an diese verflixte Truhe dran? Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Okay, nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Let's want to be a chogger. Let's go, lass mich doch in Ruhe. Let's go, lass mich doch in Ruhe. Okay, Bossraum. Auf geht's. Nein, jetzt soll ich die Herzchen da noch holen. Egal, komm. So, jetzt kann ich das hier nochmal machen. Autsch. Ach komm, hier bekommen wir nochmal welche. Okay. Und hier auch. Okay. Ah, warum hab ich noch einen Schlüssel? Vielleicht kommt da noch was. Na, was haben wir? Okay. Das ist jetzt noch ein paar Schleimis. Das ist jetzt noch ein paar Schleimis. Das ist jetzt noch ein paar Schleimis. Aber nur, wir können nach. Bürger, wir können nach. So, dass wir jetzt noch einschalten. Wir können nach. Ich bin glaube, wir können nachspaend nach. Wir können nach, warum wir sind die Schleimis. Oh, das ist nicht schön. Oh, das ist gut. Na? hä kommt da nix was Was? Dann muss ich alle drei gleichzeitig killen. Kann auch sein. Nein? Warum kommt der Boss nicht? Steht jetzt Buggy oder was? Kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Was? 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 Was hat jetzt zu lange gedauert? Was? Oh mein Gott! Was? 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 Position this! Position this! Vielen Dank. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht wiederbelebt werden. Ey, stimmt da irgendwas gerade nicht, oder? Bin ich gerade zu blöd dafür? Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist denn das? Das war's für heute. Ja, das ist mir schon klar, was ich die Augen treffen muss. Das war's für heute. 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 Warum kommst du jetzt gleich? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.